Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokemon Bloody Bloody Team, der normalen One. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Letztes Mal habe ich mir den zweiten Orden geholt und ihr merkt vielleicht einen Unterschied. Wir haben den Sound von Game hier drinnen. Ja, wenn es jetzt nicht drauf ankommt soll, dass ihr mal wieder rumspinnt. Das wäre cool. Aber ich habe es eben ein paar Mal getestet. Das hat sich geklappt. Eigentlich, ich hatte gar nicht vollschuldig, aber jetzt eigentlich nur mal weiter aufnehmen. Und den Sound, so wie ich es gewohnt bin. Aber dann ging auch immer gar nichts mehr. Und ich dachte mir da, und dann dachte ich mir, scheiße. Dann habe ich ein bisschen rumgemacht an den Sound-Einstellungen. Und jetzt habe ich es irgendwie so bekommen, ich weiß nicht wie genau ich es gemacht habe. Dass ich doch meine Stimme und den Sound aufnehmen kann. Oh, ich bin sehr leise. Ja, aber ich höre mich vielleicht etwas anders an. Ich habe es von der Logstärke hier. Die Stimme und der Spiel Sound. Und ja. Meine Stimme hört sich ein bisschen komisch an, finde ich. Aber das nehme ich gerne in Kauf, weil ich jetzt den Game Sound hier drinne habe. Und ich werde die Linie jetzt, denke ich mal, sehr schnell dabei bringen, weil das kaufen wir jetzt. So, ich habe es jetzt mal geredet, würde ich jetzt sagen. Ja. Wie ich... Jetzt zu piep. Komm. Später, weil ich... Wir sehen ja einfach, wie das alle anderen lassen. Später braucht man es wahrscheinlich nicht mehr so oft. Aber nee, Leute, keine Lust. Ähm, jetzt müssen wir, ich war jetzt auf der Runde recht schon. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, oder? Nicht, nicht. Ist egal, ich gehe jetzt ins Team Galaktik-Gebäude. Oh, hi. Hallo, junges Wesen. Ich bin's. Ja, bei meinem Wandelbauwesen erkennt man mich nicht immer sofort. Durchgehör ich zu Top-Eledited-International-Prinzahl. Da ist es nahelegend, dass ich eigentlich hin auf meinen Frontierlogen hier reinfällt. Ja. Und auf die Augen möchte ich dir auch einiges sagen. Das eigentlich kann ich ganz herzlich überragen. Ja, ja, wohl klar, dass mir das klar ist. Nicht, sonst bin ich ein Profi. Aus diesem Grund denke ich nicht, dass es die große Schwierigkeiten bevorsteht. Da solltest du immer vorsichtig. Ja, ja, sie sind nicht zu helle. Ja, schön. Wenn du meinst. Ich weiß immer noch nicht. Ja, die Absichten. Ja, ja. Als Rekser. Ja, auszufinden. Ja, Spur. Wissen. Oh, wie viel redest denn? Ich will weiterspielen. Ich will kämpfen. Ja. Danke. Ähm, so. Jetzt wollen wir kämpfen. Und dass ich so lange Pause machen kann, das ist mir auch seit... Leid, leid. Ich bin mir ungefähr ein paar Stunden. Das ist so scheiße. Ich kann ihn wohl hören, aber ihr nicht. Das war irgendwie... Hm. Aber jetzt... Aber jetzt... Ich bin jetzt jetzt... Auf weiterhinen geklappt, die nächste Ausnahme. Ich hoffe, dass ich jetzt geklappt. Dann... Gut, auf jeden Fall wieder mehr kommen. Vielleicht mehr, das kommt vorher gar nicht. Abhin sei das... Und zweit dann. Aber... Okay, das wird sich jetzt enden. Wir können noch ein Puck machen, seitlich. Slippuck, dann Zufall. Auch Slippuck an. Beide auf ein. Jo. Der Rohr hat zugedeicht. Das ist schön! Sie sehen ja, jetzt drück herein! Vernichte! Uahahaha! Komprimator! Das ist nervig. Das muss nicht sein. Ein Puckbieter! Okay! Interessant. Nee. Doof. Okay, auf Slipmer. Wenn da kann ich raushauen mit Staraptor. Anders gehe ich das Ding, geht nicht kaputt. Das ist nicht schnell. Das ist der Equity! Warum habe ich die auch gemacht? Darf ich die Verteidigung, weil die Staraptor sind. Das ist nicht anders. So! Sie sehen ja. Du machst fast schneller Slipmer da weg. Weil das sei mich! Steht ihr! Aha! Ah! Staraptor! Erreicht der W38! Okay! Wir passen ein. Sehr schön! Mach mal Kerschneider! Und du musst mal Eroar! Bäm! Das, was wir nie getan haben! Kerschneider! Kerschneider! Das ist egal! Ja, vielleicht nicht! Ja, vielleicht nicht! Ja, schade! Der Schneider! Ah, Eroar! Vernichtet! Ja! Genau so! Uah! Ha! 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 Ja! Ich vermerke mich an der Leone! Hat dich doch jemand... Naja, ja, ja! Aber du bist doch noch ein Kind! Ein Kind, das dir grad die Fresse poliert hat, mein... Äh, brauchst du jetzt von... Du brauchst... Du brauchst... Du bist... Es war ein S, genau! Dann passt das! So! Ähm... Dem, 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 dem! Du kämpfen? Ja! Ich will so viel auf Augen, wie möglich mitnehmen! Bremse! Nebulat! Ähm... Okay! Failed gegen was? Ich hab' nicht... Nein! Fail! Ich bin doof! Ja! Jetzt taus' ich auf jeden Fall aus! Was? Jetzt blöd! Ja! 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 Die Linie... Ich hoffe... Gut! Ja! Gut! Komm zurück! Los! Der Raptor! Ja! Mach ich mal den Pro! Sehr schön! Gegenstoß! Mhm! Ja! Das ist gut! Das hat's gemacht! Ja! Jetzt macht's mal Tiefschlag! Ja! 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 Jetzt macht's auch Schaden, also stört's mich gar nicht! Das macht Schaden, mein Freund! Ein paar Rutspunkte... Ein... Gewürlicht! Komm mal hier am Kollegen! Zeig ich dir am... Zeig ich dir am... Ich zeig dir am... Ich zeig dir am... Bäm! Ah, Ero A! So könnte... Überleben, muss ich nicht sagen! Ja! Erfolgerung! Warum tust du das? Siehst du? Ich wechsle meinen Volkommol! Ich hab' einen Peinshitter! Hm! Oh, schön, ja! Ja, ok! Wofür kämpfe ich nochmal? Ja, das wüsste ich auch gern! Ja, ja! Ja, jetzt hab ich jetzt hier... Ich hab' einen Peinshitter gegessen! Ja, ja, jetzt hab' ich jetzt hier... Ich hab' einen Peinshitter gegessen! So! Ja, so! Ja, so! Ich weiß! Ja, so sag's! Ich hab' nichts gemacht! Aber ich sag's mal so gern! Und dann auch mal! Na ja! Gewohnheit! Was soll's! Gucken wir's mal lieber diesen... Weg hier an! Das ist kein Ruf! Ähm, nein! Völlig an der Musik! Hm! Ja! Und hier! Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist! Ich hab' jetzt ein... Ich hab' jetzt ein... Erinnerst du bitte! Uuuuuh! Böse Finger, du! Oder ne? Gibt's auch! Egal! Mit Ängsten! Uh, kaputt! Gut schag' auch! Mal gucken! Gut! Ja... Wie sieht das aus? Ja! Sehr schneller, wenn ich bitte! Ja, das war okay! Ja! Die Denia! Errechte Le 33! Hm, aber... Warum sollte ich wechseln? Weil ich mich erinnere... Rückkehr! Bäm! Gewitterheit! Na komm, mach' Rückkehr! Oh, das geht down, das geht down! Was soll das denn? Ja, das wäre ja nicht gerechnet. Du? Hi. Ja, ja, geforscht. Ich geh an irgendwo. Ich darf forschen weiter. Ja, hi. Oh, vielen Dank, wir lieben, jetzt wollen wir heute unsere Pokémon spenden. Von was träumst du nachts einfach? Ach, wie so eine Frau. Okay. Adiados. Ja, da wäre es noch was gewesen. Ich glaube, das ist noch was gewesen. Egal, Tiefschlaf. Ja, kommt. Wir haben die Rückkehr von unserer Seite. Die Rückkehr der Macht. Ha, ha, ha. Ja, mach doch Tiefschlaf. Es ist sowieso kein Step bei dir. Oh, Rückkehr ist bei mir ein Step. Bäm. Was, du lebst noch? Das war ja verliebt. Jetzt wäre es zu tief praktisch gewesen, ich weiß. Das ist Bullshit. Egal. Die Kabel-Empfler. Die Kabel-Empfler. Die Kabel-Empfler. Die Kabel-Empfler. Ja, drügg mich. Das darf ich nicht drauf tun machen. Oh, yeah. Der Kabel-Empfler. Das ist so cool. Ich glaube, es ist so cool. Kabel-Empfler. Ja Und ja, das Tempo ist auch voll Ey, da lacht sich das Feuer kaputt Ich hab ihn ja gerade mal ein bisschen gekitzelt Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ja Ja Was soll es denn, wenn es fertig ist? Ja Ja, ja, ich hab keine Ahnung, was gerade gesagt hat Aber egal Superdora Eigens Ach, nur mal, vielleicht Ah, ich mach heute mal nur noch, dass wir sie in gelachsend Gebäude sind Euch aufschluss Weil es relativ viel tut alles Lange gedauert dieses Eingestellungen Äh, die Fals-Eingestellung Ja, also wie lieb Aber das funktioniert jetzt wieder, also nicht Das wird mich erinnern, seit das ja Äh, ja, vielleicht das nächste Mal auf dem immer noch funktionieren, hoffe ich Ja 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 Ja